Hey ihr Lieben, ich bin's wieder eure Evi und heute zeige ich euch, wie ihr Chase aus Paw Patrol zeichnen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der Mitte des Blattes. Dort zeichne ich die Nase hin. Diese sieht ungefähr so aus wie ein Dreieck mit abgerundeten Ecken. An die untere Spitze zeichne ich einen kleinen Strich nach unten. Direkt daran zeichne ich einen Bogen für einen lachenden Mund. Achtet dabei darauf, dass ihr an der eben gezeichneten Linie entlang kommt. An die äußeren Enden zeichne ich jetzt noch einen kleinen Strich für den Mundwinkel. Um die Schnauze ein bisschen besser darzustellen, zeichne ich direkt über die Nase einen Bogen. Dieser beginnt etwas oberhalb von den Mundwinkeln und geht direkt an der Nase entlang. An die freie Stelle zwischen Mundwinkel und Nase zeichnet ihr jetzt noch drei kleine Punkte ran. Das soll die Schnauzhaare andeuten und hier seht ihr nochmal, dass es drei Punkte sind. Nun mache ich weiter mit den Augen. Dabei beginne ich an der linken oberen Seite der Schnauze. Von hier aus zeichne ich erstmal einen schönen großen runden Bogen. Die untere offene Seite verbinde ich mit einer geraden Linie. An die äußere Seite zur Mitte hin zeichne ich noch einen Kreis für die Regenbogenhaut, also das Innere des Auges. Zeichne diese schön rund. Und direkt in die Mitte davon zeichne ich noch einen Kreis für die Pupille. An die obere äußere Seite könnt ihr noch einen kleineren Kreis dazu malen für die Lichtreflexion. Diese lassen wir später weiß. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt so wie ich die Pupille noch schwarz ausmalen. Das obere Augenlid wird jetzt noch ein klein wenig verstärkt und etwas dicker gemacht. Dafür zeichne ich einfach nochmal an der oberen Linie entlang, damit diese Linie ein bisschen dicker aussieht. Seid dabei schön vorsichtig. So sieht die obere Seite sehr viel kräftiger aus. Das erste Auge wäre geschafft. Machen wir weiter mit dem zweiten Auge. Ich beginne wieder an der äußeren Seite der Schnauze und zeichne dort zuerst den großen Bogen hin. Die untere Seite verbinde ich wieder mit einer Linie miteinander. Anschließend male ich noch in die mittlere Seite wieder den großen Kreis. Und dort hinein noch den kleineren Kreis für die Pupille. Vergesst hier nicht den kleinen Kreis für die Lichtreflexion. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Pupille auch schon direkt schwarz ausmalen. Und ihr wisst sicher, was jetzt kommt. Das obere Augenlid wird wieder ein bisschen verstärkt und dicker gezeichnet. Fahrt hier wieder vorsichtig mit eurem schwarzen Filzstift an der oberen Linie entlang. Als nächstes geht es weiter mit der unteren Seite der Mütze, die Chase auf dem Kopf trägt. Dafür male ich etwas oberhalb der Augen zunächst mal einen leichten Bogen. Dieser beginnt ungefähr auf Höhe der Augen und endet auch dort. Direkt darüber zeichne ich einen weiteren Bogen, der aber etwas kürzer ist als der vorherige. Hier könnt ihr nochmal gut erkennen, dass er ein wenig kleiner ist als der von eben. Direkt darüber zeichne ich noch einen weiteren Bogen in der gleichen Länge. Versuch die Abstände hier möglichst gleich zu halten. Anschließend verbinde ich die unteren beiden Linien mit einem leichten Bogen miteinander. Das mache ich auf beiden Seiten. Die beiden Bogen, die dicht aneinander sind, verbinde ich nur mit einem kleinen Strich miteinander. Als nächstes beginne ich hier an der oberen Ecke und male von dort aus in einem leichten Bogen die obere Seite des Hutes von Chase. Schließe die Form an der äußeren Seite dann wieder mit einem Bogen ab. Die grobe Form der Mütze wäre soweit fertig. Wir machen nun weiter mit den Einzelheiten der Augen. Dabei beginne ich relativ weit mittig von der Mütze und male dort eine leicht gezackte Linie entlang des linken Auges bis hin zur oberen Seite der Schnauze. Beim anderen Auge machen wir das auf die gleiche Weise genauso. Zeichnet dabei die Zacken nur am äußeren Drittel und nach unten hin eine gerade Linie. Haltet hier auch wieder genug Abstand zu den Augen. An der äußeren Seite der Mütze zeichnen wir nun weiter. Von hier aus deute ich das Fell wieder an, indem ich zuerst kleine gezackte Linien mache und anschließend in einem Bogen bis runter zur unteren Seite der Augen gehe. Achtet hierbei darauf, dass ihr auch auf einer Linie mit der unteren Seite der Augen seid. Am anderen Auge geht es nun auf die gleiche Weise weiter. Zeichnet zuerst ein paar kleine Zacken für das Fell und geht anschließend wieder in einer geraden Linie nach unten. An den unteren Seiten zeichnen wir nun noch die untere Seite des Kopfes von Chase. Wir beginnen hier erstmal mit einem kleinen Bogen. Auf der anderen Seite zeichne ich nun einen weiteren Bogen nach unten, ungefähr in der gleichen Größe. Das Ganze verbinde ich jetzt vorsichtig mit einem leichten Bogen miteinander. Das untere Ende sollte ein wenig spitz, aber auch etwas abgerundet zulaufen, sodass wir eine schöne Form vom Kinn hinbekommen. An der äußeren Seite von Chase Mütze zeichne ich einen Bogen nach unten bis zu den Wangen von Chase. So vervollständigen wir sein Gesicht. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche nochmal. An seinem Kopf fehlen jetzt nur noch die Ohren. Dabei beginne ich hier an der oberen Seite und zeichne zunächst einen Bogen nach oben. Von dort aus zeichne ich nun wieder einen kleinen Bogen zurück zur Mütze von Chase, sodass wir oben eine Spitze erhalten. In das Ohr hinein zeichne ich nun eine Form, die genauso aussieht, nur etwas kleiner ist für das Innere des Ohres. Für das andere Ohr suchen wir uns wieder die Stelle zwischen der Mütze und dem Kopf. Hier beginne ich wieder mit dem Bogen nach oben und male anschließend einen kleineren Bogen bis hin zur Mütze von Chase. Achtet wieder darauf, dass die Ohren schön spitz zulaufen. Zeichnet hier wieder die Form ein Stück kleiner hinein für das Innere des Ohres. Wenn ihr die Hunde aus Papel-Scholl gut kennt, wisst ihr, dass sie oben in ihrer Mütze ein kleines Wappen haben. Das ist gar nicht so schwer zu zeichnen. Malt als erstes zwei Linien, die aussehen wie ein offenes Dreieck. Anschließend zeichnet ihr an die oberen Kanten jeweils zwei kleine Bögen, die nach oben hin zeigen. Die obere offene Seite hier verbinde ich nun mit einer geraden Linie miteinander. Und in das Innere davon zeichne ich zunächst einmal einen Kreis und direkt darüber drei kleinere Kreise. So einfach entsteht dann eine kleine Fote auf dem Wappen. Der Kopf wäre soweit geschafft. Machen wir weiter mit dem Körper. Ich beginne damit, direkt unter dem Kinn einen Bogen zu zeichnen. Dieser sollte schön nahe an der unteren Seite des Kins entlang laufen. Und an die äußeren Seiten zeichne ich jeweils noch zwei kleine Striche, um diese mit dem Kopf zu verbinden. Direkt darunter zeichne ich sein Halsband. Beginnt hier mit einem leichten Bogen und geht dann an der unteren Seite des Halses entlang. In die Mitte davon zeichne ich noch zwei kleine Striche, um ein paar kleine Details anzudeuten. Denn direkt darunter trägt er seine Hundemarke. Direkt daran angrenzend könnt ihr erstmal einen kleinen Strich zeichnen. Von den äußeren Enden zeichnet ihr nun zwei kleine Bögen, die nach außen zeigen. Anschließend zeichnet ihr daran zwei Bögen, die zur Mitte hinführen und sich dort treffen. Sie ergeben an der unteren Seite dann eine schöne Spitze. Nun zeichnen wir direkt an der Hundemarke nochmal entlang, um die Form nochmal etwas zu umranden. Seid schön vorsichtig und versucht dabei die Abstände immer jeweils gleich zu halten. Direkt in die Hundemarke male ich noch einen kleinen Stern hinein. Falls das noch zu schwierig ist, könnt ihr alternativ auch einfach einen Kreis hinein zeichnen. Als kleines Detail male ich in die Mitte davon noch einen kleinen Kreis. Wir haben es fast geschafft. Wir machen nun weiter bei den Pfoten. Dafür zeichne ich zunächst mal direkt neben die Hundemarke ein Oval. Dort hinein zeichne ich von der unteren Seite aus zwei Bögen nach oben, relativ weit in der Mitte. Achtet darauf, dass ihr an der oberen Seite aber nicht angrenzt. So entstehen nämlich die Zehen. Auf die andere Seite, direkt neben der Hundemarke, male ich nun ein weiteres Oval für die zweite Pfote von Chase. Hier zeichnet ihr wieder zwei Bögen hinein, um die Fußzehen anzudeuten. Denkt daran, nach oben hin wieder eine kleine Lücke zu lassen. Jetzt fehlt nur noch das T-Shirt von Chase. Dafür zeichne ich von der äußeren Seite des Halsbandes einen kleinen Strich bis hin zur Pfote von Chase. Und zwischen die Pfoten zeichne ich noch einen weiteren Strich, um das T-Shirt zu vollenden. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen. Das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich Chase ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Chase ist jetzt fertig ausgemalt und bereit, die Stadt sicher zu machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!